Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Rocket League und ich muss ganz gut den Ton leiser stellen, weil wir haben gerade schon eine Folge aufgenommen, sorry, ich hoffe es passt jetzt, wenn nicht, dann haben wir echt ein Problem und wir spielen auf Allstar und das ist nicht mehr die Livestream-Aufnahme, wie ihr vielleicht wisst, vielleicht lade ich auch die eine Folge hoch, die was uns missbültig ist gerade, wo wir übrigens bei der Weiß saugeil gespielt haben Und jetzt auch ein Hallo von mir nach dieser sehr anstrengenden Anfangsphase, wo ich nur Scheiße baue So, ich bin im Tor, kein Stress Ja, ich bin im Allese Geh raus, geh raus auf dem Tor, ich hab vollen Bus Raus Fuck, Alter, meine Stimme Ja, und ich würd sagen, wir laden die Folge trotzdem hoch, oder? Wie eine, wo wir es geskinnt haben, ja, scheiße Ja, da haben wir ja ziemlich gut Vielleicht kann ich das irgendwie noch retten, also wenn, dann habt ihr es gesehen Boah! Hast du es gesehen? Ich fahr an zum Tor, verzwickt Oh fuck, ich hüge da Scheiße! Warte, ich bin im Tor Und du musst mehr ins Mikro rennen Boah! Fuck, scheiße, der war A-Social Der war A-Social Ja, der war cool Fuck, Alter, wir müssen uns zusammenreißen Du gehst Ja Eigentlich können wir mal was über unser Können was sagen, oder? Weil ich glaub, dass noch einiges drin ist und in unseren Stil setzt Ja, okay Vor allem in den hohen Battlen Was das Annehmen betrifft Mann, du weißt, was ich mein Oder ich nehm es nur noch an Wow! Fahr, ich fahr, ich fahr Ja, ich bleib hinten Das war ein bisschen zu Wann nur ein bisschen? Es geht, es geht Also man könnte den noch verwandeln, wenn man echt Keine Ahnung Dann ist ja nicht laut, was man echt ist Ja Es gibt's nicht, ich schlag das Mikrofon weg Mann Nein Ich bin noch nicht weg Es gibt's nicht, die halten aber auch alles Die wirken noch nicht Wusstest wahr? Der lag ist gerade wieder unbewusst Bis zum Ah, der lag! Was? Was? Ich hab keinen Akku mehr Scheiße Annoi für Jonah Der ist auch super billär Ja, und der jetzt da, wie geht's mit dem weiter? Ja, genau gleich Aber er ist komplett leer auch Nein! Wir müssen den mal nach der Folge nochmal aufladen Shit! Ja, jetzt ist wieder mit dem getrennt Haha, what the fuck? Ich muss probieren, dass das Ladekabel ist Super 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 Ja, toll! Haha, schein geil Was ist jetzt? Haha, süß! Haha, süß! душial Ja, du bist dir jetzt Ja, nichts Ja, mach mal was Ja, mach mal was Hahaha Haha Hahaha Hahaha Was? Heyh Hahaha 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 Haa Argh 하다 Oh, du fickt uns! Wie will ich ihn bei der Vita stehen? Alter, ist das geil! Zaubererei, oder? Es ist Zaubererei! Scheiss! Alter, der Leck! Alter, mach! Was geht? Wache, eins auf! Scheiss, ich hätte gedacht! Ja, ähm... Ja, ich glaube, wir müssen erstmal kurz unterbrechen! Ja, das Spiel machen wir doch zu Ende! Ja, was soll ich machen? So was? Ja... Ja... Denkst du nicht vor? Ja, genau! Scheiss... Das war natürlich jetzt nicht eingeplant, in der Aufnahme. So professionell wie auf Sinnen, aber... Ein Fail! Was für Professionalität! Ja, was machst du durch nichts? Tja, aber hör mal! Ja, und mit was ladest du denn auf? Ja, mit dem Ladekorb was kaputt ist! Was meinst du, wenn ich sie nicht aufglänse? Haha, warte! Ja, wir werden mit... Ja, dann ladest du mit einem anderen Stocker auf? Ne... Ah, ja, ich halte ihn! Ja, ich halte ihn! Ich halte ihn mit. Ich halte ihn mit. Oh, fast! Alter! Wahnsinn! Okay, ich halte ihn mit. Ja, da kommt ein Kabirker. Oh, der hätte es erreicht. Oh, der kann es nicht mehr! Oh, der kann es nicht mehr! Ist da nicht... Ooooooh! Jetzt ist das echt schlau, nicht? Da kann er auch erschießen jetzt ne? Ja, hä? Wie bewechselst du dich, was machst du? Niemand... Es hat mich jemand angeschoben. Boah, jetzt ist voll Action bei mir! Oh! Wo ist denn das? Das geht, das steht aber! Ich rede mal mit dem Hunde der Küste. Okay. Was? Vielleicht werde ich jetzt hier mal einfach. Das ist neigegeil. Oh, wie ist der schön! Das ist dann fast die Leute selbst. Halt den! Wahrscheinlich bin ich! 15 Sekunden noch. Komm, ein Ton ab jetzt. Dann ist es nämlich Brasilien. Dann ist es Brasilien. Docks revagant. Scheiße. Wie viel ist gut? Also das ist das. Wenn ihr das schnell vergrößt... Aber ich habe keinen Ahnung. Oder nicht. Da will es jetzt. Dann müssen wir es jetzt nicht alleine machen. Das wird's gut zu sein. Ich habe ein paar Teile zu gehen. Das ist gut zu sein, da ist es gut zu sein. Da muss ich dich zu gehen! Geheilig! Dann ist es gut zu gehen! Dann wäre es gut zu gehen! Schöne Leg! So, die einzige Frage ist noch, wird's zweistellig? Ach man, das ist so gut. Und die letzte Frage ist noch nicht so gut. Ja, logisch, ich kann noch nicht mit spielen. Ja! Ja, zwei Sekunden sind ja. Zuerst ein Tor wird's nicht mehr. Ja, soll er jetzt schießen. Hätte er mal an die andere Richtung schon sein, dass er uns halt. Na, so war die noch nicht. Na, lass ihn schießen. Ja! Oh, schade. Ja, ich würd nur sagen, wir sind schon kaputt. Ja, und da sind wir auch wieder. Bei Rocket League. Und jetzt mal mit Ladekabel. Ja, ja. Sorry nochmal. Scheiße, jetzt bin ich echt hochgesprungen. So, jetzt packen wir unsere Skills aus! Unsere Skills! Ja! Jetzt geht's los, nach unserer 10 Uhr Niederlage, oder wieviel es auch immer war, wo ich meinen Black Flash hatte. Ja! Oh Gott! So, ich fahr! Ja! So, 1 Uhr schonmal. Ich hoffe, ich kann ihn in die Folge vom letzten Part wieder retten, oder vielleicht ja, oder? Ja! Mal schauen. Ich hoffe jetzt, dass es mit den Laufstrecken auch einigermaßen geht. Hast du den? Ja, ja, ich sehe. Du hast den gehabt, ganz schön. Oh, der lag, oder? Das tut's auch schon. Ich bin. So, der lag. Doch, ich weiß. Kein Stress. Okay, okay. Boah, es lagts, oder? Oh, stimmt nur. Oh, meine Stimme. Oh, meine Stimme. Pass denn? Oh, der lag. Geh raus. Oh, der lag. Okay, jetzt ist der lag wieder auf, nochmal. Alter, das piest mich so an. Wenn ich an dem Scheißding einfach nicht mehr vorbei bin. Schau dir das an. Dann wirst du sowas von lachen. Nein! Und dann passiert immer so eine Scheiße. Das darf uns einfach nicht passieren. Oder in dem Fall nie. Ich muss meine Anträge erwechseln. Okay, jetzt geht's wieder gar nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie bei Rocket League das... Nein! Oh, schien. Oh, schien. Ich versuche... Oder warte, den hol ich noch. Ne, pass auf. Geh raus. Ach, Mann. Mann, der lag. Lol, es war vorbei. Er hat vorbeigemann. BAM! Ja, BAM! Ja, BAM! Ja, BAM! Ja, BAM! Ja, BAM! Ich hab' das gesehen! Schau dir das an, jetzt. Und die Vorlage... Boah! Ja, meine Stimme. Ich glaub' Rocket League... Äh, leider nicht. Nein, eignet sich eher als... Ich glaub' der wird... Nein! Boah! Ich glaub' der wird mehr geschrien als bei Mario Kart. Ja, bei Mario Kart. Können wir auch mal wieder aufhören. Aber ich glaub' der wird sogar mehr geschrien bei Rocket League. Und wir hüpfen einfach beide mal voll hart an ihm vorbei. Ja? Achso. Ich hab' den noch vor. Aufpassen, hast du den? Ja, ja. Ab dem Tor? Ja. Ich wollte grad den noch irgendwie so anticken, dass ich nicht vorgehe. Oh! Scheiße! Das hab' ich halt gespürt, ne? Ich hoffe, ich gehe raus. Warte, geh du ins Tor? Ja, warte. Ich spiel' den Tor. Aufpassen. Ja, ich bin im Tor. Drei. Warte, geh du ins Tor. Boah! Boah! Nein! Das wär' so ein geiles Tor gewesen. Noch mal, noch mal, noch mal. Okay, f***. Vorsicht. Vorsicht. Ich spiel' den Tor. Aufpassen, aufpassen. Warte, geh du hin. Ich bin im Tor. Was? Ach, der entzünder mit den Fuß weg. Warte, geh du hin. Warte, geh du hin. Warte, geh du hin. Warte, geh du hin. Vorsicht, vorsicht. Ja, ja, ja. Wir schießen ins Tor. Boah! Was ist denn das für Käsebrei? Warte, geh du ins Tor? Ja, wenn ich gleich da bin. Ein Moment, boah! Yes! Das war sehr gut. Jetzt geht's wieder. Ja. Auch wenn's jetzt mehr nicht. Fuck! Ich brauch' halt immer einmal aufs Feld. Jetzt! Ah, nein, nein. Da geh' ins Tor. Fuck! Wo ist denn der zweite Spieler von denen? Der kommt dort drauf. Hast du den? Nein! Der lag, Alter. Boah! Den hab' ich noch gerettet! Boah! Oder du? Oh! Was?! Das gleiche. Hä? Wir haben jetzt zwei Eigentore geschossen, Alter. Nein, schau' das wegen dem Lag. Das hat bei mir ganz anders ausgeschaut. Ich hab' den bei mir noch einmal erwischt. Ja! Okay, alles offen. Du gehst. Was? Was?! Was?! Das ist eine Frechheit! Schau' das an, Alter! Mann! Das ist so bitter! Ich fahr' Ja! Fuck! Jetzt mach' ich Kacke auch noch! Scheiße! Ich hab' den zufrieden gemacht! Ich bin grad der Ball erwischt! Ich bin grad der Ball erwischt! Gib dir was ich mach' Ich hab' mich verdrückt! Ja, was ist das? Schau! Nein! Nein! Okay, immer noch was offen machen! Ach, Mann! Ja, genau! Oh, Mann! Alter, dieser lag der... Der lag... ...mich am Arsch! Ja, ohne Scheiß! Ja, f*** dich! Warte, ich bin im Tor! Ich glaub' ich stein' doch wieder zu Mario, verholt! Wo ist der Ball? Jetzt ist keine Minuten aus! Ne, ne, ne! Ne, ne, ne! Boah! Na, f***' Alles klar! Ah, alle! Wir können am Scheiß noch nicht über fünf Minuten drüber spielen! Das leckt aber auch gerade wieder mehr. Ja, das leckt schön viel. So, ich glaube wir stehen jetzt noch einmal auf Profil. Ja, oder? Alle nicht. Mal ein Spiel auf Profi, wenn wir das gewinnen, dann gehen wir wieder zurück. Ja, nix mehr vor, ich mache ja noch Profi. Aber gerade bei dem Leck ist es so gut. Teilweise leckt es eh nicht so viel. Teilweise war zu viel. Das war den Ballpreis. Ja! Alter! Nein! Oh, das war schon gut. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Tu sind. Und bis zum nächsten Mal. Das war das Rocket League. Also. Ciao! Ciao!